Yo, servus Leute, was geht ab, ja? Und zwar kommen wir folgendes. Heute kommen wir wieder zum kleinen Unboxing-Video. Und zwar kommen wir zu diesem guten Stück hier, dem Nixi Chaos Controller. Ist ein neues Modell, so wie ich gesehen habe, von Nixi. Es gibt wohl auch noch ein paar Joy-Pads, die neu sind. Ja, was soll ich sagen, die müssten eigentlich auch unterwegs sein. Ich habe den Controller jetzt wieder zum Test bekommen. Und wenn ihr auch so ein Controller wollt, Leute, deswegen ein bisschen Werbung, Dauer von 18, mit dem Code eingeben, beziehungsweise ich werde euch unten wieder den Link in das Kommentar anpinnen. Dann könnt ihr über den Affiditäts-Link, könnt ihr quasi, wie gesagt, nochmal Rabatt bekommen, 10 Euro. Ach, 10 Euro, sage ich schon, 10% hier. Und aktuell kostet der Controller 42,89 Euro. Ja, was ich sagen muss, was ein relativ stabiler Preis ist. Die Preise schwanken immer ein bisschen. Ja, wie gesagt, für den Affiditäts-Link bekomme ich einen kleinen Teil. Wenn ihr was davon einkauft, bekomme ich davon quasi zurück. Ihr zahlt natürlich nicht mehr, sondern bekommt nur den Rabatt. Finde ich fair, finde ich okay. Ansonsten, Leute, wenn euch das Video gefällt oder ihr wollt, dass ich irgendwie einen anderen Controller mal teste, von einem anderen Hersteller oder irgendwas anderes, lasst mich auf jeden Fall wissen. Packt es mir unten rein in die Kommentare. Und wenn ihr Bock drauf habt, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Würde mich sehr freuen, wenn wir hier mal auf die 1100 gehen oder sogar noch mehr gehen. Das wäre auf jeden Fall mega cool. Und in diesem Sinne würde ich sagen, gucken wir uns das Ding doch jetzt einfach mal an. Es ist auf jeden Fall wieder ein Wireless-Controller. Das bedeutet, wir haben hier kein Kabel an dem Controller, was natürlich sehr schön ist. Das ist das gleiche wie bei diesem guten Stück hier, bei dem Transparenten, den ich jetzt schon getestet habe. Der ist auch mega cool. Den benutze ich schon die ganze Zeit. Wie gesagt, ich feiere den mega. Der andere, der Chaos-Controller, das kann ich schon mal sagen, der ist größer als dieser Controller. Funktioniert aber genauso mit dem Verbinden, quasi mit dem PC. Oh ja, da kribbelt es in der Nase, Leute. Ja, wenn man die Pollenallergie, wenn es wieder losgeht. Ja, wie gesagt, wo war ich stehen geblieben? Bei diesem Controller funktioniert genauso. Also wenn ihr den anschließt, so ist es zumindest bei mir, über das Typ-C-USB-Kabel, dann wird er als Xbox 360-Controller erkannt. Warum auch immer, keine Ahnung. Aber wenn man den Wireless verbindet mit dem Bluetooth-Adapter, funktioniert ohne Probleme. Dann wird er als Switch-Pro-Controller erkannt und funktioniert auch dementsprechend. Natürlich funktioniert er vorher auch. Aber wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Emulatoren benutzt oder sonst irgendwas am PC, da könnt ihr das meistens separat einstellen mit den ganzen Buttons. Ja, jetzt würde ich sagen, gucken wir uns einfach mal die Features an. So, wir haben auf jeden Fall wieder RGB dabei, weil RGB ist Macht, Leute. Ja, wir können den Controller für die Switch, die normale, für die Light, für die OLED-Variante benutzen. Wie gesagt, dann haben wir natürlich wieder die ganzen Pre-Sync-Effekte. Rainbow-Brief haben wir hier bei dem Controller. Aber ansonsten, wir haben neun verschiedene Farben. Wir haben eine Turbo-Funktion, dann haben wir Encrypt unten quasi für die bessere Halterung. Dann haben wir 600 mAh Batterie. Jetzt muss ich gerade mal gucken. In diesem Controller sind 500 mAh Akku, meine ich natürlich. Und hier haben wir 600. Ist natürlich wieder Typ C. So, das Schöne ist, one button to connect the console. Genau, dann haben wir hinten, haben wir scheinbar noch vier extra programmierbare Knöpfe. Wie gesagt, ne Turbo-Funktion haben wir hier. Das ist natürlich auch mega interessant. Und ansonsten sind die ganzen Spezifikationen, 10 m, Zika, Ladezeit, ja, zweieinhalb Stunden, dreieinhalb Stunden ungefähr. Nutzbare Zeit, sechs bis acht Stunden. Also ich muss sagen, ich hab den jetzt im Livestream schon benutzt. Mehrere Stunden ohne den großartig zu laden. Den anderen Controller hat ohne Probleme funktioniert. Ohne dass da irgendwelche große Einschränkungen sind. Ansonsten ist hier nichts wirklich weltbewegendes. Wir gucken uns einfach mal, würde ich sagen. Ich stelle das gute Ding mal. Bleibt es hier stehen? Ne, ich glaube nicht. Der Zalmar-Kühler hat keinen Bock. Bringt was hin? Ja, perfekt. Ja, da haben wir das Gleichgewicht gefunden. Also. Erstmal, was haben wir noch hier drin? Wir haben hier ein schönes Typ C-Kabel. So wie auch beim anderen Controller, beziehungsweise bei den Joy-Pads. Also man sieht, das ist schon, ja, ist wieder mehr als ausreichend. Ich meine, wenn man am PC sitzt oder sonst irgendwo so ein Meter, 1,50 Meter, was es wieder ist. Nichts, wie gesagt, weltbewegendes. Ansonsten haben wir noch hier natürlich ein User-Manuel, wo dann wieder alles drin steht, schön beschrieben steht. Das ist jetzt alles in Englisch. Da hinten ist auch alles in Englisch. Also wir haben tatsächlich nur hier Englisch. Was ich natürlich, was ich ehrlich gesagt voll süß finde, Leute. Wir haben hier so eine kleine Eule mit so einer, quasi, so einer kleinen Bubble. Das ist schon cool gemacht, ja. Also, was haben wir denn noch? Wir haben hier alles wieder beschrieben, quasi, was man denn machen kann. Nochmal die ganzen Funktionen. Funktionen, ähm, ah, das ist natürlich cool, das ist interessant, was hier steht, ja. Und zwar, wenn wir, ähm, ich weiß nicht, kann man es kurz sehen? Ja, äh, wenn man zum Beispiel Vibration eingeschaltet hat, ja. Ähm, und ohne Vibration, was denn der Verbrauch ungefähr ist. Ähm, das ist natürlich sehr interessant, ja. Ja, weil wir haben hier, wenn ich es richtig gelesen habe, wir haben hier vier verschiedene Vibrationsstufen. Deshalb ist es 0%, 30%, 70% und 100%, ja. Ähm, ich habe gemerkt, an diesem Controller zum Beispiel, an einem Transparenten, das ist, ähm, also Vibration ist schon heftig, ja. Ich habe es mir runtergestellt, weil mir war es tatsächlich zu viel. Das, äh, ist mir die Zeit ein bisschen auf die Nerven gegangen, vor allem, wenn das Ding mal irgendwie kurz auf dem Tisch liegt oder sonst irgendwas. Und das, äh, vibriert los ohne Hülle, ja. Das ist, äh, das ist krass, ne. Ja, so, ansonsten, da steht wieder das gleiche drin, wie bei der Mann auch, wie wir es verbinden können und so weiter und so fort. Ja, Custom Key Settings, das ist natürlich auch interessant, ähm, wenn ihr zum Beispiel irgendwie Speedruns macht oder irgendwas anderes, gehe ich mal davon aus, ja. Das, ähm, hat dann auf jeden Fall schon mal seine Vorteile, dass man da vielleicht irgendwie noch so ein paar extra Keys bieten kann, für eine Potion oder was auch immer, ja. So, ansonsten, das Ding kommt sehr gut verpackt an. Wir haben hier so eine Plastikumhüllung dran. Dann, schweige denn, wie bei dem anderen oder war er bei dem anderen Aufmerksamkeit, ich weiß gar nicht. Das ist, was noch witzig ist, zum Beispiel, After receiving the controller, be sure to use the USB-Data-Curbel to charge it once. The four LED lights are flash at the same time to indicate that the controller has been activated. Note, if the controller is not activated, the buttons have no Funktion. Hm, the button, das alles ist um den Controller außen drum. Ja, bedeutet so viel wie, äh, quasi, wenn der Controller, ähm, bei euch auftaucht und ihr den erhaltet, solltet ihr den nur noch erstmal laden, bis dann quasi die, ähm, ja, Lichter alle blinken, beziehungsweise die vier Lichter blinken. Und, ähm, falls es nicht der Fall sein sollte, dann, äh, hat er natürlich keine Funktion, der Controller. Er gibt Sinn, ja. Ähm, 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 so ist es halt. Man muss alles beschreiben irgendwie. Und, ähm, so, jetzt würde ich mal so kurz sagen, wir gucken uns das Ding mal an. Ich hab das jetzt hier gerade wieder am USB-Kabel angeschlossen, dass ihr das mal so ein bisschen sehen könnt. Also, die Farben sind schon, sind schon mega smooth, ne, wenn man sich das hier mal anguckt, so innen drin den Ring, so unten drin. Erstens mal hier oben, äh, ist quasi, äh, ja, hier so der Ring, dann unten drin nochmal so der Ring, dass es so ein bisschen schön abstrahlt. Aber wir können eigentlich mal was anderes machen. Alexa, schalte PC aus. So, jetzt sieht man es noch besser. Jetzt ist es dunkler. Also, das sind, also, mir, mir gefällt es mega cool, wenn ich ehrlich bin. Alexa, schalte PC ein. So, also, das Ding leuchtet. Ich würde sagen, wir gucken uns das einfach mal an. Wir haben hier natürlich die normalen Indikationen hier. Die ganzen vier Lichter. Dann haben wir natürlich hier die ganzen Buttons. Ähm, dann haben wir hier oben natürlich die Schultertasten. Also, sehr leise. Sehr leise vom Touch her. Ja, ja, sind, sind sehr leicht zu berühren. Könnte meiner Meinung nach ein Ticken fester sein. Ich weiß nicht, ob, ob das vom Gefühl her bei mir nur so ist. Ich muss mal kurz. Ja, ist, ist gefühlt sogar noch ein bisschen leichter als der Transparente. Aber ansonsten, wenn wir jetzt hier mal die Buttons drücken. Also, die haben, die anderen haben einen relativ guten Druckpunkt. Die in der Mitte, die sind ein bisschen anders da hier. Also, wenn ich jetzt die hier vergleiche, zum Beispiel, oder die da, die lassen sich nicht so weit reindrücken. Ähm, die lassen sich relativ gut drücken. Dann haben wir hier natürlich noch die mittleren Tasten. Das hört man logischerweise, wie es sich halt anhört. Aber ansonsten fühlt sich das alles richtig smooth an. Ähm, wenn ich mir das jetzt mal auch so angucke, die Verarbeitung. Oh, da löst sich jetzt ja unten der Zettel jetzt gerade ein bisschen ab. Das ist natürlich jetzt nicht so toll, aber den kleben wir mal wieder fest. Ähm, dann würde ich mal einfach sagen, was sagt ihr denn dazu, Leute? Also, für mich sieht es relativ gut aus. Man merkt auch, der wiegt. Ja, ja, ein bisschen mehr würde ich sagen. Wie gesagt, der ist ja auch ein bisschen größer. Ich weiß nicht, kann ich... Müssten wir mal hinten dran halten. Man sieht, ja, man sieht, dass der schon größer als der andere Drücker ist, logischerweise. Wenn wir das jetzt mal so vergleichen. So, passt das. Also, man sieht schon von der Form her und auch von der Funktion, beziehungsweise, dann haben wir hier natürlich hier hinten noch die besagten Buttons hier. Also, man kann quasi, wenn man den hier hält, kann man so die Finger so verschieben und so. Das ist gewöhnungsbedürftig. Ich denke, wenn man am Spielen ist hier vorne. Vielleicht, wenn man große Hände hat, kriegt man wahrscheinlich ein bisschen Probleme, würde ich fast behaupten. Wenn man zu klein hat, wahrscheinlich auch. Aber fühlt sich gut an, der Druckpunkt. Gefällt mir sehr gut, wenn ich ehrlich bin. Und natürlich haben wir hier unten den Crip, ja. Der ist halt schön. So, jetzt habe ich das ganze Ding nochmal abgemacht. Also, wenn man hier sieht, ist der Crip hier unten quasi oder so, wie beim anderen Controller. Ich habe es jetzt extra mal abgemacht. Wie gesagt, die Funktionstasten und so weiter und so fort. Hier vorne ist Typ C. Also, von der Verarbeitung her muss ich sagen, der ist sehr fest. Der sieht wirklich echt gut aus, Leute. Also, mir, wie gesagt, gefällt der mega gut. Gut, da sieht man mal, beziehungsweise merkt man, ähm, da merkt man einfach die Qualität, ja. Also, der ist nochmal ein Ticken, ja. Also, auch wenn er preislich vom Ding her, ähm, genauso teuer ist wie der Transparente hier. Ja, Leute, ähm, ich feiere eher den Transparenten, wenn ich ehrlich bin. Das habe ich ja schon von Anfang an gesagt. Mir gefällt einfach der, der ganze Stil von dem ganzen Transparenten oder so. Aber qualitativ würde ich sagen, wenn der andere, sagen wir jetzt mal, keine Ahnung, eine 1-, eine 2 ist, ja. Da ist der auf jeden Fall eine 1. Von der Qualität her, von der Verarbeitung, allein schon für den Crip, der, der liegt richtig gut in der Hand, ja. Ähm, der, der macht noch immer ein bisschen was besser mit den Buttons hinten. Weiß, weiß ich nicht, keine Ahnung. Haben wir sie? Brauchen wir sie? Haben wir sie trotzdem? Ja, wahrscheinlich, ja. Also, ähm, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was, was haltet ihr davon, Leute? Welchen Controller würdet ihr tatsächlich bevorzugen, ja? Ähm, wenn ihr jetzt beide zur Auswahl hättet. Einfach nur, weil ihr den Transparenten, so wie ich feiere. Oder einfach nur, ähm, weil er qualitativ vielleicht ein bisschen, oder was heißt qualitativ hochwertiger ist, keine Ahnung. Ähm, ja, weil es halt einfach ein bisschen was anderes ist oder so. Ähm, mit den Buttons noch und dem Licht und so weiter und so fort. Und was ihr davon haltet, ja. Also, ähm, da lasse ich mich jetzt mal ganz auf euch ein. Wie gesagt, äh, ich feiere den Transparenten. Der ist auch sehr gut, ja. Von daher, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Leute. Würde es auf jeden Fall sehr schätzen, wenn ihr ein Like da lassen würdet und auch einen Kommentar. Ein Abo natürlich wäre noch besser für mich. Und in diesem Sinne nicht vergessen, do an 18, wenn ihr noch 10% sparen wollt, wenn ihr einen Controller kauft. Und haut rein, bis denn. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.